5 online, die Chaoten Marcel und Isi sind natürlich auch wieder mit dabei. Nein. Nein, warum nicht? Ich würde sagen, Chaoten Marcel und Wager, Isi. Und lecker Bronco. Oh, oh, Ansage. Ansage! Diese tut dir echt nicht gut, oder? Nee. War gut. Hat Daniel bei einer behauptet, dass es mir gut geht? Hoi! Hoi! Au! Oh, das war ein bisschen. Auf die Fressegfalle. Ja. Tut aber Aua. Oh, da geht's hoch, wie das aussieht. Oh mein Gott. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gesund aus. Deswegen habe ich vorhin vor der Aufnahme gesagt, dass ich Angst habe. Jetzt schon. Das habe ich nicht gehört. Ja, du nicht. Ist okay. Oh! 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 Ich habe einer nicht drüber gefangen. Aber nur beinahe. Wo sind sie denn? Oh! Oh! Daneben übrigens. Äh. Ich habe dich getroffen. Da sind Bäume in der Luft. Äh. Ja. Ist normal. Hä? Noch nie was vor einem Luftbaum gehört? Ich verstehe das gerade nicht. Warum sind da Speedys? Was? Das Rennen kenne ich irgendwoher. Huiiii. Aua. Komm. Au! Ist auch auf ihn gefallen, ne? Du hast den Checkpoint vergessen, oder? Oh. Ja. Das ist da oben? Ja. Ich habe es gekriegt. Hihihi. Ja, ja. Toll freudig. Hihihi. Ich auch. Okay. Okay. Oh! 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 Das sieht nicht gesund aus. Atemlos. Durch die Nacht. Durch die Nase. Bis es kracht. Oder auch nicht. Äh. Wollang? Ah! Da lang. Warum sind hier Flaschen in der Luft? Ähm. So. Das soll das darstellen. Hä? Hä? Seven? Ich glaub's nicht, du gewinnst wohl. Ich würd' sagen, wir lassen uns mal kurz in Ruhe mal gucken, dass wir den da vorne einholen. Ja, ja, klar. Ruyatz, schafft ihr's? Schafft ihr noch? Oh, oh. Ist fertig. Bin ich gar nicht gewöhnt. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ich hab' mal gesagt, ich spiel' heute ernst. Ja, kommt, kommt, kommt. Ohhhhh. Boom hat's gemacht. Und es hat Boom gemacht. Ja, das... Dass er halt nicht mehr dauernd beleidigt ist. Ah, das ist ungefähr vorhin. Warum hast du da jetzt grad ne Facepalm gemacht? Bist du überrascht, dass du gewonnen bist? Nein. Dass du so schlecht bist. Ich hab' nicht gewonnen. Spaß. Ja, man ist von 140 ein bisschen mehr erwarten hier, hä? Bonko, die schlafen. Western, alles gut. Zufällig? Geschäftsreise. Na gut. Zufällig, komm mit Gegner. Mit Gegnerbezug. Wir hoffen einfach mal, dass es geht. Genau. Wir hoffen und beten. Komm bei SmackDown. Oh, wer kämpft? Das Problem hatten wir letzte Woche schon. Hä? Was sagst du? So, heut bist du echt durch. Wir schieben es auf die Hitze. Ja! Hitze. Hitze, du Küste. Fuckdown! Eine Mission, wup wup. Wird das heute noch was hier? Jetzt, jetzt geht es weiter. Ich liebe einfach den Bug. Man will weiter ein Rennen machen. Zufallsrennen, wo geht man rein in die Mission? Wuhuhuhu! Wuhuhuhu! Der Fabi aus dem Fabi-Gnan. Was? Da, unser vorte Mann, der, der der Horst ist. Der Horst, der Horst, der Horst, der Horst. Der Herr Lichter. Der Herr Orscht Lichter. Ja, der Herr Köhler. Hallo? Der Herr Köhler. Der Herr Köhler. Der Herr Köhler. Oh. Welches Auto nehmen wir? Mein. Ich nehme mein Auto. Ne, ich nehme auch mein. Mann ist cooler, Mann. Ach, der will einsteigen. Der Fabi! Der möchte einsteigen. Der Herr Köhler. Der Herr Köhler. Was los? Bei nem Rennen gibt's die Pfeile. Hier sollte man vielleicht mal auf die Karte gucken. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh nein. Aua. Easy, du, du hieß übrigens auch. Was? Ein Fahrradfahrt hast du gerade... Zwei Fahrradfahrt hast du gerade gefahren. Soll ich noch auf wo ich war? Bevor ich anfange zu schießen. Wir sind gleich da irgendwie. Ich schieb dich sogar an. Danke. Oh, meine Lenkung ist total gut. Warte, ich schieb ihn rein in den Wagen. Ja, guuuuut. Ey, Jungs! Ey! Deswegen hab ich Punks erwarten. Oh. Ups. Oh. Hallo! Chill doch. Wie machst du die Chuck Norris Rolle? Äh, ich zock... Ich mach das auf dem Kontor, oder? Bei Playstation ist es Viereck. Also, äh, liegt es ganz links. Hilft des Koks zu Gereils Apartment zu liefern. Wow! Und da warst du schon? Hä? Ja. Wow! Beste Mission ever. Komm, geh rein. Geh rein ins Auto. Wuhuuu! Der andere raus, oder? Vielleicht hockt er bei euch drin. Nö. Da wir einen Zweisitzer haben, wird er bei uns nicht rein... Äh, nee... Hä? Wo ist der denn hin? Ah, der hockt bei mir noch im Auto. Der hat gar nichts gemacht. Ja, der hockt bei dir. Hahaha! Der ist gar nicht ausgestiegen. Äh. Nö. 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 Das passt am wenigsten. Was machen wir? Zufall. Oh, Mann. Ja, der Zufall ist das gleiche. Ja, aber Mission ist eigentlich scheiße. Vielleicht wären wir ja in den Renner gekommen. Ja, Zufalls-Mission-Rennen. Ja, ich will auch Zufall-Rennen-Mission. Ja, GTA momentan. Okay, momentan. Immer. Du kennst doch die frühen alten Zeiten bei Episode 1 oder 2, wie das noch ging. Genau gleich. Was machen wir? Eine Mission. Und nein, echt? Boah. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine Mission. Verdammt. Scheiße. Scheiße. Oh shit. Du hörst dich an wie eine Robbe, die gerade auf dem Schwanz getreten ist. Auf die Flosse. Eine Robbe hat keinen Schwanz. Na gut, die männlichen Robben schon. Äh, lol. Das labert hier. Wir sprechen über Arjen Robben. Über Arjen Robben. Ach. Hilfe. Was zum Henker? Das sind ja schon Gegners. Sag das doch. Sag das keiner. Vorsicht Gegners. Was. Hehehe. Kralate. Solange du dich in meinen Koks zerstörst. Deinen Koks? Ich will aber. Fuck this shit. Einer. Mein Koks. Nimm den Wagen. Nimm die Harley. Penner. Boah. Jetzt schaut doch mal zu hier. Na los. Wir sind das A Team? De De De. Dö De De. Dö De De. Dö de De. Dö De De De. Alles war wie er was anderes. Sorry Jurassic Park. J قال zu Indiana Jones. Wir hatten hier keine Räder mehr? Ich? Ich hab keine Räder mehr. Bist ratlos? Ich bin einfach rausgeschickt. Hast du Carlos? Das war's schon. Was? Da wollte ich noch eine kurze Folge hinten dranhängen. Das haben wir gemacht. Oh mein Gott, dann werde ich mal sagen, das war's trotzdem jetzt mit dem Paar. Ich würde sagen, nachdem wir das jetzt zweimal gemacht haben, müssen wir erst was Neues suchen. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschaut Summer.